Adnan, du bist ein Vierfraß. Zumindest wenn es um Pokale geht. Zumindest wenn es um Pokale geht. Boah, kaum zu glauben. Das merkt man dir auch richtig an. Du hast soeben gewonnen, die Physik 3 Klasse. Du bist Deutscher Newcomer Meister 2016. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, meine Freunde, Amina, wo ist sie? Komm her, nein? Ja, die wird hergeschoben, die wird hergeschoben. Das wollen wir immer gerne sehen. So, das ist sie. Nein, das ist auch sehr süß. Wir wollen natürlich jetzt gerne mal wissen für die Freundin, war es eine harte Arbeit mit dem Adnan zusammen? Komm ruhig ein bisschen näher, wir können dich gar nicht sehen. Ich bin auf jeden Fall gerade überglücklich und ich kann es nicht fassen, ehrlich. Dann interessiert uns natürlich jetzt, der Adnan muss ja gleich nochmal ran zum Gesamtsiegerstechen. Wir können dich schon wieder nicht sehen. Guck mal her, die Dame ist ganz doll schüchtern. Wenn du irgendwann mal Vorbereitung machst und auf die Bühne gehst, dann werden wir dich mehrmals vor die Kamera ziehen. Das wissen wir jetzt schon. Jetzt geht es gleich noch zum Gesamtsiegerstechen. Was hast du denn im süßen Schatzi noch zu sagen? Nichts, ich liebe dich. Sie liebt ihn. Sie liebt ihn. Heute bin ich mit der Einstellung hingekommen, unter die Top 6 gekommen und dachte ich, dass ich gewinne. Sogar kurz vor der Siegerehrung dachte ich, ich werde noch Fünfter oder so. Aber Erster geworden, krass. Jetzt bist du Sieger geworden. Also hol dir nochmal richtig Energie, gleich geht es zum Gesamtsiegerstechen. Wenn er das Ding gleich nochmal macht, bist du die Erste, die vor die Kamera kommt. Das versprek ich euch. Das versprek ich euch. Danke. 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 Danke.